So hey Leute und zwar heute mal ein neues Format bei mir und zwar werde ich reacten auf Rewe sein neues Video und zwar hat ja von ihm und Micha, die heißen ja zusammen ich glaube Not so cool oder so heißt das Album ich weiß es nicht, haben die auf jeden Fall das Lied rausgebracht und zwar Stories on the Road mit Cliff Savage und ich bin eigentlich sehr gespannt ich habe es mir noch nicht angehört und ich werde darauf reacten und ich hoffe euch gefällt es wenn ihr mehr von so ein Reakt Videos sehen wollt dann gibt ihr auf jeden Fall ein Like da oder lasst ein Like da und schreibt gerne was in die Kommentare also zum Beispiel ein Feedback von dem Lied wie ihr das Lied fandet was ihr daran auszusetzen habt oder Verbesserungen dies das anders und ja wie gesagt wenn ihr mehr Reacting Videos sehen wollt oder so schreibt es gerne rein und lasst uns anfangen ja ich spüre zurück weil irgendwie war vorgespürt so let's go und let's kick it. Groß Bild. olt also erstmal der Beat fängt schon mal richtig flüssig so langsam an so also man merkt schon so richtig so Stimmung kommt so ne ich glaube das geht immer so richtig in die Höhe. So auf jeden Fall Stimmung kommt so man hat gleich diesen Beat dieses Und so weiter und so fort Aber auf jeden Fall cool Diese Effekte die sie gemacht haben Also schon mal jetzt schon Props an denen Der das Video geschnitten hat Ich weiß nicht ob es Rewi selber war Aber auf jeden Fall ziemlich krass gemacht Die Effekte und so, dieses Glitz in der Hand Was sie da erschaffen und so Auf jeden Fall cool, ich glaube das hat was mit dieser Stories on the Road zu tun Und ja, mal schauen Also bis hierhin erstmal Cliff Savage Richtig geiler Rapper Ich finde seine Stimme passt auf jeden Fall mega zu diesem Beat Und ja, einfach weiter anschauen Bis jetzt echt cool Und es hat so ein bisschen so ein Sommerfeeling So ein bisschen Sommerfeeling Kann man sich denken Okay, okay Also man merkt schon Erstmal dieses Stories on the Road Oder so weiter und so fort Auf jeden Fall mega nice Rewi is grad mega Kaugummi oder Superbonbon Ich weiß es nicht Auf jeden Fall man merkt schon diese Stimme Und es geht weiter hoch So, baut sich richtig auf Ich bin gespannt auf diesen Drop jetzt Und auf jeden Fall bis jetzt Hört sich das nach einem richtig fetten Sommerhit an Also mega cool Mir gefällt es bis jetzt echt nice Here we go Now we're all alone Trouble's got to change my path I Life's inside the wave My thoughts inside the cage They wanna bring me down But I refuse to lay I focused on the light And found a better way Better me to share with you But first I gotta say At times it feels the world is evil I've seen it mistreat you Also erstmal muss ich sagen Der Anfang war schon echt mega nice Du hast so dieses Sommerfeeling gekriegt So es geht so langsam los Und dann dieser Beat baut es auf Dann kommt dieser Drop Also es ist nicht so ein knalliger Drop Aber es geht so richtig krass so rein Und ich finde man merkt es einfach mal So man hat so voll Stories on the road Und so weiter Wisst schon Und mega nice bis jetzt Ich bin echt eigentlich zufrieden Und ich kann bis jetzt nur positive Positives Feedback rübergeben Und ich finde es bis jetzt mega nice Wie findet ihr? Schreibt es gerne rein Und ich finde es echt cool Ich glaube das hätte im Sommer mehr geknallt Wenn das jetzt noch nicht gemacht hat Dann ich glaube im Sommer hätte es richtig geknallt Weil ich finde es ist echt so ein Sommer Das fühlt sich echt krass an Das ist halt Baut sich auf. Es war umschneidig. Okay. Also mega mega nice bisher ist echt geil, was ich sagen muss, ne? Revi mit seinem Englisch, man hört einfach direkt, dass er Deutscher ist. Also ich glaube, bei mir würde sich das genauso anhören, aber es ist so lustig, wenn er einfach mitten in so einem richtig geilen Video, ob man versucht, Englisch zu sprechen, man hört einfach, dass er kein Engländer oder Amerikaner ist. Aber egal, weiter geht's. Mega nice, das ist jetzt mega krass. 야. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020